Hallo, ich bin Anthony William und ihr hört die Medical Medium Radio Show, wo ich jede Woche über die fortschrittlichsten Heilungsinformationen und Gesundheitsgeheimnisse rede. Das meiste davon könnt ihr nirgendwo sonst finden. Die Informationen sind den gängigen Informationen oft um Jahrzehnte voraus. Das erinnert mich jetzt gerade an etwas, wenn wir einmal zwei Jahrzehnte zurückschauen, das Internet gab es da noch nicht und wenn damals jemand krank war, war ständig müde, konnte nicht mehr richtig funktionieren, hatte ein schwaches Nervensystem oder er hatte Schwindel oder Balanceprobleme, irgendwas dieser Art. Es ging ihm jedenfalls aus irgendeinem Grund nicht so gut. Chronische Sinusinfektionen, Harnwegsinfekte, Migräne, mysteriöse Symptome, Schmerzen, die Liste ist lang. Alles unerklärlich, alles mysteriös. Wenn jemand all das hatte, da gab es wirklich kein Unterstützungssystem. Es existierte einfach nicht. Wenn man damals in eine Apotheke ging, da gab es kein Echinacea. Ich bin einmal vor Jahrzehnten in eine Apotheke gegangen, um mir da die Vitamine anzuschauen. Damals gab es zwei große Firmen. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Ich werde hier keinen Namen nennen. Jedenfalls diese Produkte waren in den Regalen und ich fragte den Apotheker, habt ihr Echinacea? Und sie lachten mich aus. Sie lachten mich buchstäblich aus der Apotheke heraus. Denkt darüber mal nach, das war überall so. Was sagt euch das? Allein das. Wenn man damals krank war mit irgendwas, und viele von euch haben das wahrscheinlich erlebt und waren da schon krank, wenn man also damals krank war, na dann viel Glück. Nun sollte man ja denken, dass heute die Dinge viel besser liegen mit dem Internet, das wir Gott sei Dank haben. Wir haben Kommunikationsmöglichkeiten. Man sollte denken, die Dinge hätten sich gebessert. Wir haben all diese schicken Bücher am Markt und überall Experten. Aber chronische Krankheiten haben sich vervierfacht. Nein, vergesst vervierfacht, es ist weit mehr als das. Mal 10, mal 15. Dahin geht chronische Erkrankung. Jeder hat irgendein Symptom. Und vielleicht kennt ihr jemand, Familie, Mitglieder, Freunde, geliebte Menschen, die eine gesundheitliche Schwierigkeit haben. Und das Problem hier ist die Fehlinformation, die es da draußen gibt, sowohl in der Schule, aber auch in der Alternativmedizin. Das ist durchsiebt mit Fehlinformationen, überall. Und in dieser Medical Medium Radio Show klären wir auf, in jeder Sendung werden wir alle zusammen uns da vorwärts bewegen. Wir werden daran gemeinsam arbeiten. Denn ich habe das früher schon mal gesagt, ich brauche auch eure Hilfe, um die Information da rauszubringen. Also, in der heutigen Show reden wir über Getreide. Ist Getreide gut für euch? Oder schlecht? Oder gut oder schlecht? Mache ich euch schon verrückt? Okay, haltet durch. Wartet ab, wir werden über Getreide reden. Es ist wirklich wichtig, Getreide ist ein großes Thema. Bitte denkt auch an die große Veranstaltung in Los Angeles, die demnächst stattfindet. Anmerkung der Übersetzerin, diese Radiosendung ist schon älter, das heißt, diese Veranstaltung ist bereits lange vorbei und derzeit gibt es keine angekündigten Veranstaltungen. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung, denn seit ich klein bin und Spirit begonnen hat, mit mir zu reden, und das tut er natürlich immer noch und seit ich bei meiner Großmutter Lungenkrebs diagnostiziert hatte, als ich dann ein bisschen älter geworden war, da fragte ich Spirit, was kann ich sonst noch tun? Was kann ich sonst noch für all die Menschen tun? Ich sah all das Leiden und Spirit erzählte mir alles, was bei den Menschen nicht stimmte. Ich erinnere mich, dass ich mit meinen Eltern mal bei einer Tagung war und ich war acht Jahre alt und es war total überfüllt. Und jeder, der mich kennt oder etwas über mich weiß, der weiß, dass ich blind werde, wenn ich von zu vielen Menschen umgeben bin. Darum falle ich bei meinen Veranstaltungen praktisch von der Bühne. Es ist irgendwie lustig, aber auch gleichzeitig peinlich. Darum habe ich eine Assistentin überall dabei. Darum muss ich mit meiner Assistentin ins Flugzeug gehen, denn bei 150 Passagieren im Flugzeug, da bekomme ich Readings auch noch für den letzten von ihnen. Da ist keine Pause, keine Entspannung, ich kann es nicht ausschalten. Also wird die Information nonstop durchkommen. So war es immer. Ich werde wissen, wenn da jemand im Flugzeug einen Gehirntumor hat, dass jemand, der gerade vorbeigeht, Diabetes hat und so weiter. Was aber dabei passiert, ist folgendes. Ich bin gezwungen, einen Scan zu machen und ich bin gezwungen, Spirit zu hören und dabei beginne ich blind zu werden. Also werde ich dann fast immer beinahe blind. Es kommt auf die Situation an, kommt darauf an, wie viele Menschen dort sind. Darum wird es bei meinen Veranstaltungen mit diesen vielen Menschen dann irgendwie lustig. Also, als ich damals als Kind bei dieser Tagung war mit meinen Eltern, es war total voll. Ich bekam die Readings nonstop. Und da war diese eine Person, an der ich vorbeikam. Sie hat wirklich gelitten. Ganz schlimme Dinge waren da. Was ich damit meine ist, als ich in den Körper dieser Person schaute, da sah ich, dass alles verkehrt lief, was man sich nur vorstellen kann. Und ich dachte, wie kann dieser Mensch denn überhaupt noch aufrecht stehen? Und ich fragte Spirit, was kann ich tun? Und Spirit sagte, lass uns die Light Blast, die Lichtexplosion machen, die Lichttechnik. Spirit sagte zu mir, ich werde Licht ganz oben auf den Kopf des Menschen schicken, mit voller Stärke. Du arbeitest mit mir zusammen daran. Lass es uns machen. Wir schickten das Licht herunter auf den Menschen. Und ich begann, das für jeden Menschen zu tun, der da um mich herum stand. Jeden auf der Tagung. Ich sendete das Licht herunter. Ich übte es von diesem Moment an. Ich lernte also diese Technik. Und es begann, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Und ich habe es wirklich perfektioniert. Und das ist das, was ich bei meinen Events, bei meinen Veranstaltungen tue. Es ist mir egal, was dafür nötig ist, ob es mich erschöpft, ob man mich nachher buchstäblich vom Boden kratzen und ins Hotelzimmer schleppen muss. Es muss getan werden. Ich muss alles tun, was ich kann. Also wenn ihr da seid, das ist toll. Es wird den Heilungsprozess anfeuern. Wir haben das schon erlebt und wissen, viele haben das schon erlebt und wissen, was es für sie getan hat. Sie haben es gefühlt. Dazu gibt es alle möglichen Stellungnahmen. Also seid dabei, wenn ihr könnt. Schaut euch auch die Bücher und Webinare an. Wir bieten all diese unterschiedlichen Sachen an. Also reden wir nun über Getreide. Macht ihr euch Sorgen über Getreide auf irgendeine Weise? Wurde euch gesagt, dass es wirklich schlecht ist, Getreide zu essen? Seid ihr vielleicht auf einer Art ketogener Diät? Seid ihr auf einer getreidefreien Diät? Habt ihr große Angst vor Kohlenhydraten? Ständig werde ich gefragt, ist Getreide gut für uns? Ist es schlecht? Ich höre das überall. Und es gibt Antworten auf diese Fragen. Die gibt es. Aber als erstes müssen wir da einige Missverständnisse näher anschauen. Seid ihr offen dafür? Also es geht um folgendes. Wir müssen das Autoimmun-Thema wieder aufsuchen. Ich weiß, ich mache euch damit manchmal verrückt. Aber es ist einer der größten Fehler aller Zeit. Die Verwirrung über Autoimmun, wo Ärzte konventionell und auch alternativ glauben, dass der Körper sich selber angreift. Das könnte gar nicht falscher sein. Und es kam deshalb auf, weil die moderne Medizin nicht weiß, was in Wirklichkeit mit jemandem nicht stimmt, der zum Beispiel Lupus oder Zöliakie, Colitis, Hashimoto hat. Die Medizin kennt die Ursache nicht. Also ratet, wer die Schuld trägt. Ihr. Euer Körper trägt die Schuld. Das ist der einfachste Weg heraus aus diesem Dilemma. Also fühlt ihr euch schlecht. Ihr fühlt euch, als wenn euer Körper euch betrügen, euch im Stich lassen würde. Mögt ihr, wie sich das anfühlt? Also ich mag das nicht. Jemand redete kürzlich mit mir. Eine Person, die, wie sagt man, auf gewisse Art eine Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge hat. Jedenfalls sagte diese Person, nein, nein, Forschung und Wissenschaft verstehen das. Sie wissen, was Autoimmunerkrankungen sind. Nein, das tun sie nicht. Sie wissen nicht, was es ist. Es ist nicht der Körper, der sich selber angreift. Was bei Hashimoto passiert ist, die Schilddrüse entzündet sich, weil da ein Pathogen ist, Epstein-Barr genannt, auf das ich vor Jahren schon die Aufmerksamkeit gelenkt habe und das noch immer tue. Und so langsam hört ihr es von verschiedenen Seiten in Büchern und so weiter, aber ursprünglich stammte diese Information von Spirit. Ich gebe damit nicht an, aber es ist ein Fakt. Und ich sage es, damit neue Menschen, die diese Show hören, wissen, dass die Information ursprünglich von hier kommt. Und das ist wichtig. Ihr bekommt Information, die ihrer Zeit voraus ist. Also hört bitte weitere Sendungen an. Was passiert ist, Autoimmunerkrankung heißt einfach, dass der Körper Antikörper produziert, um den Virus zu attackieren, nicht den Körper. Nicht die Organe des Körpers. Die werden überhaupt nicht angegriffen. Vielmehr arbeitet der Körper für euch, um ein Pathogen loszuwerden, das euch entzündet. Also hört mir weiter zu. Hashimoto-Tyroiditis, das ist ein Virus, der die Schilddrüse entzündet. Der Virus tut das, nicht der Körper. Dasselbe gilt für all die anderen Autoimmunerkrankungen. Rheumatoide Arthritis ist ein Virus, der die Gelenke entzündet und der Körper versucht, das zu stoppen. Und Entzündung wird durch das Pathogen kreiert, das die Gelenke entzündet. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut meine Bücher an. Aber was hier passiert ist, diese Konfusion ist eine der schlimmsten. Denn sie lässt das Immunsystem zusammenbrechen und bringt euch komplett durcheinander. Denn wenn ihr glaubt, dass euer Körper sich selber angreift, dann habt ihr keine Chance. Also müsst ihr das genau jetzt alles neu verkabeln, neu programmieren in eurem Kopf. Es ist wichtig zu wissen, dass der Körper sich nicht angreift. Und ich meine das nicht auf spirituelle Weise. Nein, ich rede über einen körperlichen Vorgang. Ihr müsst es unbedingt zu eurer inneren Überzeugung machen. Denn was passiert ist, heute ist Immunerkrankung wirklich verwoben mit diesem Getreide-Thema. Es heißt, Getreide verursache Autoimmunerkrankung. Getreide verursache Entzündung. Weizen verursache Entzündung. Auch das stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Egal, in welchem Buch das steht. Wenn dort nicht gesagt wird, dass es darum geht, dass der Weizen ein Phytogen füttert, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien. Und die essen den Weizen und scheiden dann ein Toxin aus. Oder sie essen den Weizen, werden dadurch stärker und verursachen mehr Schaden. Das ist die Wahrheit. Und wenn das in dem Buch nicht steht, dann habt ihr eine veraltete Information. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Da gibt es Leute, die sind 70 Jahre alt und es geht ihnen gut. Sie haben keine Zöliakie, sie haben gar nichts. Ich kenne solche Leute. Habe erst kürzlich mit einem Freund gesprochen, dessen Mutter nun 96 Jahre alt ist und sie hat gar nichts. Ratet, was sie isst? Bagels aus Weizen von Dunkin Donuts mit Streichkäse. Und sie hat keine Autoimmunerkrankung. Aber Moment mal, wenn das doch ein entzündungsförderndes Nahrungsmittel ist. Warum ist sie dann nicht entzündet? Das wüsste ich gerne. Versteht ihr, was ich hier sagen will? Und ich kenne viele Menschen, die können essen, was sie wollen. Pizza und so weiter. Und sie kriegen keine Entzündung. Ich weiß das, weil ich Scans mache und ich sehe keine Entzündung. Und sie beschweren sich auch nicht über irgendwelche Symptome. Denn ihnen fehlt eine Sache. Ihnen fehlt das Pathogen, das ich von dem Weizen oder anderen Dingen ernähren würde. Seht ihr, wie das funktioniert? Ich hoffe, ihr folgt mir noch. Aber es geht eben nicht um das Getreide. Auch wenn ich nicht sage, dass Getreide gut ist, und darüber reden wir noch, welche Getreide man vermeiden soll und von welchen ihr ein wenig essen könnt, wenn ihr sie gerne mögt. Also versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht der Pro-Getreide-Typ. Ich möchte nicht, dass die Leute Getreide essen. Aber ich sage euch nur, es ist nicht das Getreide, das die Entzündung verursacht. Diese Bücher sind veraltet. Ich möchte, dass sie upgedatet werden. Ja, wir haben heute das Internet und Communities im Internet, aber die haben die falsche Information. Es ist eine Epidemie. Reden wir über Getreide. Da werden wir nun auch ein bisschen in die Geschichte gehen. Das ist nämlich irgendwie witzig. In den 80er Jahren, da aßen sie gekeimten Weizen. Wenn ihr das gegessen habt, dann habt ihr nach der damaligen Meinung gesund gegessen. Da konntet ihr gekeimtes Weizenbrot kaufen. Das war in den 70er und 80er Jahren eine große Sache in Gesundheitsgeschäften. Und heute geht ihr in die Bioläden und findet alles glutenfrei. Alles mit Reis oder Hirse. Es gibt Quinoa-Pasta und dann Mais. Darüber werden wir übrigens auch reden, denn auch das ist ein Getreide. Die Leute glauben, es ist ein Gemüse. Das müssen wir korrigieren. Jemand sagte das kürzlich zu mir, Mais ist ein Gemüse. Und ich sagte, nein, nein, Mais ist ein Getreide. Das verspreche ich dir. Also das ist noch eine andere Sache, über die wir reden müssen und das werden wir. Aber damals, da hatten wir nur dieses gekeimte Weizenbrot. Heute haben wir bessere Optionen, besseres Getreide. Zum Beispiel gibt es biologisches Quinoa, biologische Hirse. Aber zurück zum Autoimmunthema. Wenn wir etwas essen, das ein Pathogen in unserem Körper füttert, dann bekommen wir Entzündung. Ich habe Menschen seit Jahren gesagt, dass wenn sie Eier essen, sie dann stärker Hashimoto bekommen. Denn der Epstein-Barr-Virus in der Schilddrüse, der Hashimoto verursacht, der ernährt sich von Eiern. Und dann wachsen durch den Virus Knötchen in der Schilddrüse und Zysten. Und er kann sogar Schilddrüsenkrebs verursachen. Ich habe das auf den Tisch gebracht. Auf jeden Fall ernähren sich diese Pathogene von Eiern auch von Weizen, auch von Mais. Also bestimmte Getreide können ein Pathogen füttern. Es ist aber nicht der Weizen an sich die Ursache. Darum kann eine Person 50 Jahre lang jeden Morgen Cupcakes essen, ohne ein Problem zu bekommen. Ich habe das immer wieder gesehen. Aber die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich und es gibt weniger Menschen, die frei von Pathogenen sind, die frei von Viren sind, frei von Bakterien. Nur noch einige übrig gebliebene Dinosaurier gibt es, die essen können, was sie wollen und dabei kein Problem bekommen. Auch einige wenige junge Menschen gibt es, die das können, aber das werden immer und immer weniger. Denn wir haben heute Menschen, die mit mehr Strahlung gefüllt sind, mehr Schwermetallen plus viele Pathogene, die sich all das zu Nutzen machen und eben auch das Getreide für sich nutzen. Und das ist der Grund, warum Getreide nicht funktioniert. Also, welche Getreide sind gut, welche sind schlecht? Zunächst einmal, wenn ihr es mit irgendeiner Erkrankung oder irgendeinem Symptom zu tun habt, dann sollt ihr Weizen weglassen. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Weizen etwas füttert. Und wenn er das tut, dann kreiert dieses Etwas ein Problem, was immer das ist. Wenn es zum Beispiel Streptokokken sind, die den Weizen fressen, dann machen sie mehr Sinusinfektionen. Es sind auch Streptokokken, die all die Harnwegsinfekte verursachen. Es sind keine Pilze, es ist Strep. Die Pilze sind nur immer auch da, während man aber ein Bakterium hat, das das eigentliche Problem macht. Also, wenn du glaubst, dass du diese Pilzinfektion hast, die ein Harnwegsinfekt ist, dann ist das in Wirklichkeit eine Infektion mit Streptokokken, wobei Pilze auch präsent sind. Und in den Untersuchungen suchen sie immer nach den Pilzen, nicht nach den Streptokokken. Es ist sehr selten, dass sie nach Streps suchen. Erst wenn ein Harnwegsinfekt so schlimm wird, dass er auch die Nieren betrifft und es blutet, dann sagen sie endlich, oh, das sind Bakterien, lasst uns viele Antibiotika geben. Dann vergessen sie dieses Pilzlabel, sie nennen es nicht mehr. Aber es war immer schon Strep. Also, wenn ihr es mit Getreiden wie Weizen zu tun habt, dann könntet ihr so ein Problem quasi füttern. Ihr könntet Streptokokken füttern oder E. coli. Ihr könntet C. diff füttern, das schon seit vielen Jahren eher ruhend in eurem System gesessen ist. Ihr könntet auch all die verschiedenen Viren füttern, die es da sonst noch gibt. Wenn ihr mit einem Retrovirus zu tun habt, wie z.B. HIV, dann solltet ihr ihm kein Getreide füttern. Wenn ihr mit einem Stealth-Virus zu tun habt, füttert ihm kein Getreide. Wenn ihr Grippe habt, dann solltet ihr kein Getreide wie Weizen oder Mais essen. Also, das sind zwei, die ihr wirklich nicht nutzen sollt. Und wir sollten insgesamt vorsichtig sein. Gibt es gute Getreide? Ja, die gibt es. Quinoa ist ein gutes Getreide. Die Leute sind überzeugt, dass es kein Getreide ist, sondern ein Same. Das stimmt nicht. Psychologisch war das vielleicht ein guter Schachzug, aber es ist ein Getreide. Nur damit ihr das wisst. Es einen Samen zu nennen, hat seinen Wert enorm steigen lassen, indem man es aus der Welt des Getreides herausgeholt hat. Das war brillant. Aber es ist ein Getreide. Also Quinoa ist ein gutes. Wenn ihr also Low Carb esst und glaubt, dass Autoimmunerkrankungen durch Getreide verursacht werden, dann werdet ihr wahrscheinlich kein Quinoa wählen. Aber eigentlich ist es okay. Wenn ihr nun jemand seid, der es mit vielen verschiedenen Arten von Symptomen zu tun hat, ihr seid mit MS diagnostiziert oder es könnte alles mögliche sein von Lupus, Sarkoidose, CFS, Psoriasis, was immer es ist, dann ist es eine gute Idee, sogar die guten Getreide wegzulassen. Sogar die guten Getreide. Aber wenn euer Herz daran hängt und ihr unbedingt Getreide essen wollt, dann solltet ihr an Quinoa denken. Es ist eines der besten. Wenn ihr es nicht mit vielen Symptomen zu tun habt und ihr genießt Getreide, dann könnt ihr Quinoa nehmen. Reden wir über ein weiteres. Hirse. Hirse ist ein gutes. Nun, das Problem mit den Getreiden im Moment ist aber auch, dass sie sich zurzeit ein wenig verändern. Es ist viel genmanipuliertes Getreide auf dem Markt. Das hat die ganze Sache auf verschiedene Art und Weise ruiniert. Weizen hat sich verändert. Er ist so viele Male gekreuzt worden, auf eine Art, die alles ein wenig durcheinander gebracht hat. Kreuzung ist an sich keine schlechte Sache, aber wenn es um Getreide geht, ist es überhaupt nicht hilfreich. Hirse ist also auch ein gutes Getreide. Ihr könnt Hirsebrot kaufen, aber da ist meist vieles andere auch noch drin. Daher ist es besser, wenn ihr einfach Hirse kocht. Hirse für sich selbst. Hirse selbst ist wirklich nährstoffreich. Es ist ein glutenfreies Getreide, auch Quinoa. Beides sind nährstoffreiche Getreide. Und das habe ich auch gelernt. Essen ist wirklich teuer. Ich meine, es braucht ein ganzes Monatsgehalt, um heute einkaufen zu gehen. Man kauft Obst, man kauft Gemüse, obwohl die meisten Menschen gar nicht so viel Obst kaufen und das muss sich auf der Welt ändern. Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie mehr Obst essen für ihre Langlebigkeit. Aber jedenfalls kaufen Menschen Gemüse, kaufen Proteine. Es ist teuer und es kommt schnell einiges zusammen. Und ich habe Menschen, die ein sehr eingeschränktes Budget haben, die nur 50 oder 25 Dollar diese Woche haben und sagen, was soll ich tun? Nun, wenn ich dann denke, dass sie nicht in so schlechter Verfassung sind, mit verschiedenen Krankheiten und Pathogenen und all dem, dann sage ich, schau, warum kaufst du nicht ein wenig Hirse? Es ist nicht teuer und du kannst einen großen Topf davon kochen. Es wird deine Pathogene nicht füttern. Epstein-Barr ernährt sich nicht wirklich von Hirse. Es gibt Pathogene, die sich davon nicht ernähren. Es ist nicht großartig, wenn Menschen viel Getreide essen, die viel gesundheitliche Probleme haben, denn etwas könnte sich möglicherweise davon ernähren. Aber Hirse ist eines dieser Nahrungsmittel, das das nicht so sehr tut. Also sagen wir, wenn jemand nur 25 Dollar in der Woche hat, wofür ich vollstes Verständnis habe, dann würde ich sagen, hier, koch jeden Tag einen Topf Hirse. Der wird dich am Ende 20 Cent kosten und das ist eine Option. Dasselbe gilt für Quinoa. Damit könnt ihr durchkommen. Oatmeal, Haferbrei, das ist eine weitere Option, glutenfreies Oatmeal. Warum sage ich das? Weil es immer in Firmen verarbeitet wird, wo auch Gluten, Weizen und so weiter verarbeitet wird. Also müsst ihr da extra drauf achten. Das funktioniert gut für manche Menschen. Aber hört zu, versteht bitte, dass manche Menschen Getreide einfach nicht gut vertragen. Aber manche Menschen vertragen Fleisch nicht gut. Manche vertragen Huhn nicht gut. Manche vertragen Obst nicht gut, sagen sie. Manche vertragen Gemüse überhaupt nicht gut. Manche Menschen können keinen Salat essen. Ich habe Menschen, die keinen Salat essen können, aber sie können Oatmeal essen. Ja, wirklich. Ich habe Menschen, die ständig Huhn essen könnten, aber sie vertragen kein Gemüse. Dann habe ich Menschen, die nur Obst essen können, wo das die einzige Sache ist, die sich in ihrem Magen gut anfühlt und so weiter. Also so ungefähr ist das. Ihr müsst schauen, wo ihr steht. Aber Oatmeal wird nicht unbedingt ein gefährliches Pathogen füttern. Also wenn ihr es nutzen müsst oder ihr könnt es nutzen, also ihr vertragt es, dann könnt ihr es nutzen. Wenn ihr könnt, dann könnt ihr. Hier sie wird ebenfalls nicht unbedingt ein Pathogen füttern. Wenn ihr es also braucht, dann könnt ihr sie nehmen. Ich mag hier sie lieber als Oatmeal, als Hafer. Ich mag auch esst keinen gekeimten Weizen. Das ist eine Verschwendung eurer Zeit. Total. Und bleibt komplett fern von Weizen, wenn ihr irgendwelche Symptome habt. Und selbst wenn ihr keine Symptome oder Erkrankungen habt, wenn das nicht der Fall ist, mag ich Weizen trotzdem immer noch nicht, denn das Potenzial ist da. Reden wir über Reis. Arsen oder kein Arsen? Ist da Arsen im Reis? Das wird euch umhauen. Ist da Arsen im Reis? Nein, ist es nicht. Haltet ihr die Steine schon bereit? Ihr werdet mich steinigen müssen, weil ich hier viele Menschen verärgern werde. Das war eine Fehlinformation. Es gibt Arsen in einer Sorte von geschältem weißen Reis. In einer Sorte. Da gibt es Arsen. Wegen der Pestizide. Aber diese arsenhaltigen Pestizide, die sind auf allem. Auf allem. Sie sind auf allem. Daher kommt das Arsen. Es ist überall. Da ist Kupfer und Arsen in den Pestiziden. Es ist auf gespritzter, auf nichtbiologischer Nahrung. Und ich meine, ja, wenn ihr wirklich in einem finanziellen Engpass seid und ihr könnt nicht eine einzige Sache biologisch essen, dann ja, dann essen wir ohne jeden Zweifel nicht biologisches Gemüse. Aber das Arsen ist in jedem Pestizid. Es ist auf allem. Also nehmt ihr bitte biologischen Reis. Und ihr wählt biologischen braunen Reis. Die sicherste Variante ist biologischer brauner Rundkornreis. Das ist die sicherste Variante. Da gibt es kein Arsen. Denn das kommt von diesen Pestiziden, besonders aus anderen Ländern, in denen heute noch DDT verwendet wird. Reis ist glutenfrei. Wenn ihr ihn sehr gern mögt, könnt ihr ihn essen. Absolut. Jemand sagte mir, ich habe die ganzen Jahre Reis gegessen und nun habe ich gehört, dass er Autoimmunerkrankungen verursacht. Nein, Reis verursacht keine Autoimmunerkrankung. Reis, wenn ihr viel davon esst, könnte er möglicherweise ein Pathogen anfachen. Aber wenn ihr euch gesund und stabil genug fühlt, nicht viele Symptome oder Erkrankungen habt und ihr habt nicht viel Geld und möchtet einen Topf braunen Reis essen, dann tut das, wenn ihr unbedingt wollt. Esst ihn mit Gemüse. Seht ihr, wie das funktioniert? Es geht nicht darum, was mein Glaubenssystem ist. Glaubt Anthony nur an dies oder nur an das? Darum geht es überhaupt nicht. Also, wie können Getreide besser für uns funktionieren, wenn wir uns dazu entschließen, sie zu essen? Also ich meine, ich persönlich, ich mag es, Obst zu essen, denn ich möchte ein langes Leben. Ich möchte die Antioxidantien und Phytochemikalien, ich möchte Spargel, Spinat und Papaya. Ich mag die, wegen dem, was sie mir bieten. Ich habe auch schon über den rohen Honig gesprochen. Ich mag den und ich weiß, ich bringe damit die Veganer auf die Palme. Aber wir werden übrigens auch eine Show machen, wo ich darüber rede, dass Honig im Grunde eigentlich vegan ist. Es ist okay, Honig zu essen. Nun habe ich wirklich alle böse gemacht. Aber hier ist der Punkt. Es geht bei all dem um Phytochemikalien. Es geht darum, was die meiste Medizin beinhaltet, was helfen kann und unsere Erkrankungen heilen kann, was uns vor Krebs schützen kann. Darum habe ich das Buch Mediale Medizin geschrieben. Wenn ihr das noch nicht habt, bitte vergesst es nicht, denn es sind meine stärksten Gebete und Wünsche, dass Menschen wirklich diese Information haben, dass sie heilen können und dann auch anderen Menschen helfen können zu heilen. Sellerie funktioniert wunderbar mit Getreiden. Das geht unglaublich gut. Ihr könnt ihn kochen, dünsten, ihn hacken, ihn mit einem Getreidegericht essen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt ihn roh essen, roh klein gehackt und ihn in ein Quinoa-Gericht einrühren. Sellerie ist unglaublich, sehr heilend, sehr powerful mit einem Getreide. Das soll heißen, was der Sellerie tut, ist, er hilft, dass das Getreide eine gute Wirkung entfaltet. Denn Getreide trägt auch Medizin in sich. Und wenn ihr dann zum Beispiel Sellerie mit Quinoa oder etwas braunem Reis esst, wenn das etwas ist, was ihr essen möchtet, dann können die seltenen Mineralsalze in Sellerie, die von Wissenschaft und Forschung nicht gemessen werden können, die verwandeln das Getreide in etwas. Das ist das, was da passiert. Es bringt das hervor, was im Getreide gut ist. Die Phytochemikalien im Getreide. Das geht mit Quinoa, aber ihr könnt Sellerie auch zu jedem anderen Getreide essen. Gurken schneidet sie klein und esst das mit Quinoa oder einem Hirsegericht oder mit Reis. Das ist sehr gut. Gurken helfen dabei, den Säuregehalt des Getreides auszubalancieren. Denn Getreide ist sehr säurehaltig. Spinat ist unglaublich. Er hilft dem Körper dabei, die Aminosäuren des Getreides aufzuspalten, zu verdauen und richtig zu nutzen. Eine der Sachen hier ist Arginin. Das ist eine der Aminosäuren, um die sich jeder Sorgen macht, wenn es um Getreide geht. Carnitin ist die Aminosäure, um die wir uns mehr Sorgen machen müssen. Nehmt keine Carnitin-Nahrungsergänzung, wenn ihr irgendeine Erkrankung habt. Sie wird die Erkrankung stark verschlimmern. Carnitin, das ist ein Problemverursacher. Entfacht Viren und alles unter der Sonne. Arginin ist wie ein Feuerwerkskörper, während Carnitin wie eine Bombe ist, okay? Das sage ich euch nur. Spinat und auch Sellerie helfen, Arginin-Level zu dezimieren, wenn ein Getreide das enthält. Salate funktionieren auch sehr gut mit Getreide. Reis kann in Salat eingewickelt werden, in Form von Wraps. Man kann dafür zum Beispiel Römer-Salat nehmen. All das sage ich für den Fall, dass ihr Getreide essen wollt. Ich hatte da zum Beispiel einige Leute, die zu mir sagten, schau Anthony, ich habe Getreide mein Leben lang gegessen und alle sind nun dagegen. Was soll ich nun tun? Und da sagte ich, seht her, solange ihr dies und das tut, den Richtlinien folgt, die ich in dieser Sendung gegeben habe, dann okay. Brunnenkresse, das geht auch sehr gut mit Getreide. Rucola, das ist großartig. Rucola ist wie ein Stärkungsmittel für den Magen. Er hilft mit den sieben Arten der Magensäure. Er hilft sie zu stimulieren und ein wenig mehr Magensäure zu produzieren. Die Wirkung unterscheidet sich von der von Sellerie. Sellerie hilft im Grunde dabei, die Magensäure aufzubauen. Rucola wirkt etwas anders. Er nimmt die Magensäure, die ihr habt und stärkt sie. Sellerie produziert. Er erlaubt eine Produktion der Magensäure. Rucola verstärkt sie auf eine andere Art. Das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber so verhält es sich. Beide wirken zusammen. Und es ist beides etwas, was man auf welche Art auch immer in seiner Ernährung haben sollte. Aber jedenfalls funktioniert Rucola auch großartig mit Getreide. Sprossen, Microgreens, helfen dabei, die Säure des Getreides zu neutralisieren, denn sie sind so basisch. Das ist auch ein Aspekt. Petersilie, sehr hilfreich mit Getreide. Ebenso Koriander, wundervoll mit Getreide. Wenn ihr irgendwo feststeckt mit dieser einen Sorte weißem Reis aus diesem einen Land, das immer noch DDT verwendet und ihr habt nichts anderes zu essen, dann esst Koriander dazu, zu diesem Reis. Das kann sehr hilfreich sein. Was haben wir sonst noch? Tomaten sind unglaublich gut mit Getreide, das darf man nicht unterschätzen. Also habt keine Angst vor Tomaten. Und vielleicht sagt ihr aber jetzt, hey, das sind ja Nachtschattengewächse, ich kann keine Tomaten essen. Nein, 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 ihr sollt keine Pizza mit Tomatensauce essen. Auf diese Weise bekommt ihr Beschwerden und Schmerzen. Denn der Teig aus Weizen wird Pathogene füttern, der Käse ebenso. Und das wird ein Problem verursachen, wenn es zum Beispiel um Schmerzen, Rheumatoide Arthritis und andere Dinge geht, die Nachtschattengewächse angeblich verursachen sollen. Aber das sind nicht die Tomaten auf der Pizza, sondern der Teig. Also merkt euch das, Tomaten sind sehr hilfreich mit Getreide. Frische Tomaten, Tomatensalat, Tomaten mit etwas Quinoa darin. Zwiebeln, die funktionieren gut mit Getreide. Und wenn ich sage funktionieren gut, dann meine ich damit nicht den Geschmack. Aber ich rede über den Synergieeffekt, die Zusammenarbeit mit dem Getreide. Schalotten und Schnittlauch funktionieren großartig mit Hirse oder Teff, Zwerghirse. Auch mit Amaranth. Ihr könnt Hirse und Amaranth nutzen, wenn ihr das braucht. Ingwer ist ein unglaubliches Tonikum, ein Stärkungsmittel für den Magen, was euch dabei hilft, das Getreide besser zu nutzen. Kurkuma, das ist interessant. Kurkuma verstärkt die guten Aminosäuren im Korn. Es verstärkt sie. Rosmarin schmeckt gut mit Getreide, aber es tut mehr als das. Es stimuliert die Verdauung. Es ist wie eine Verdauungshilfe. Und wenn ihr das zusammen mit einem Getreide esst, dann arbeiten die beiden gut zusammen. Avocado funktioniert gut mit Getreide, denn anstatt Butter zu benutzen, Käse oder eine andere Art von Fett. Stattdessen könnt ihr Avocado mit eurem Getreide essen. Avocado mit etwas Reis, Avocado als eure Butter. Und Knoblauch. Knoblauch ist eine super Sache, denn Knoblauch, die Phytochemikalien in Knoblauch, binden sich an das Getreide. Sie werden eins. Und wenn sie dann durch euren Verdauungstrakt wandern, dann werden sie Killer für Erreger. Der Knoblauch klebt am Getreide und tötet Viren auf seinem Weg durch den Verdauungstrakt. Wenn zum Beispiel jemand sich Sorgen macht um Würmer, das ist eine großartige Methode zur Entwurmung. Also das sind einige der Optionen, die wir haben. Hier ist der Punkt. Wenn du jemand bist, der Angst vor dem Verzehr von Obst hat und nur Getreide isst, dann versuche es umzudrehen. Versuche das Getreide aus deiner Ernährung herauszunehmen und esse mehr Obst. Das ist gar keine Frage. Und wenn du jemand bist, der viel Gemüse mag, viel Gemüse isst, aber auch viel Getreide, dann versuche das Getreide rauszuschieben und versuche mehr Gemüse zu essen. Und wenn du jemand bist, der gerne Fisch isst, dann halte das Getreide möglichst gering. Ihr solltet nicht viel Getreide essen, wenn ihr viel Fisch esst. Zum Beispiel essen viele Menschen Fisch mit Reis. Ich würde sagen, das sicherste Getreide mit Fisch ist Quinoa, zum Beispiel Lachs und Quinoa. Aber versucht auch zum Lachs kein Brot zu essen, zum Beispiel wenn ihr in einem Restaurant seid. Bitte keinen Weizen mit dem Lachs. Kein Lachs-Sandwich essen. Und dasselbe mit Reis. Keinen Lachs mit Reis. Stattdessen lieber Quinoa oder einfach Lachs mit Gemüse oder einen anderen Fisch, den ihr mögt. Wenn ihr Fleischesser seid, dann reduziert das Getreide auf ein wenig Quinoa und vielleicht ein wenig Hirse ab und zu, wenn ihr viel Fleisch esst. Fleisch funktioniert gar nicht gut mit Getreide. Das wissen wir schon lange. Es ist in den alternativen Internet-Communities bekannt. Da habe ich es immer wieder gesehen und ich stimme damit überein. Der Körper hat es schwer, große Mengen Protein gleichzeitig mit Stärke zu verdauen. Wenn ihr also gerne biologisches Rindfleisch esst, dann reduziert das Getreide auf ein Minimum. Ihr könnt viel Obst essen, viel Gemüse, ein paar Nüsse und Samen, aber reduziert das Getreide auf eine geringere Menge. Wenn ihr gerne ein bisschen Huhn oder Truthahn am Abend esst, dann esst nicht öfter als einmal am Tag Getreide, wenn ihr ein Getreideesser seid, wenn ihr das wirklich gerne esst. Also das ist so etwas wie eine Art kleiner systematischer Plan für euch, wenn ihr Getreide essen wollt. Wenn ihr Rohveganer seid, dann haltet euch einfach komplett von Getreide fern. Wenn ihr mit vielen Erkrankungen und Beschwerden zu tun habt, dann haltet euch komplett von Getreide fern. Wenn ihr euch aber ziemlich gut fühlt und einfach euer Leben lebt, dann sollte ein bisschen Quinoa okay sein. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Man muss schauen, wo man selbst gerade steht und von dort aus entscheiden. Aber da ist kein Totenkopf, dieses Totenkopfzeichen mit den gekreuzten Knochen, ihr wisst schon, so eines ist nicht auf dem Getreide. Es ist nicht auf Quinoa, es ist nicht auf Hirse, Hafer, sogar Buchweizen. Auch wenn das aus vielen Gründen nicht mein Favorit ist, aber sogar auf Buchweizen, Reis, Amaranth, auch darauf ist kein Totenkopfzeichen. Okay, diese Getreide verursachen keine Autoimmunerkrankungen. Mais und Weizen aber füttern definitiv Erreger, was die Welt fälschlicherweise interpretiert als der Körper greift sich selber an. Während in Wirklichkeit der Erreger den Körper angreift, nachdem er Treibstoff durch Weizen und Mais erhalten hat. Ich versuche das hier ganz klar zu stellen, also versteht das bitte. Aber es sind wie gesagt von den genannten besseren Getreiden, vor den genannten besseren Getreiden keine Totenkopfzeichen. Wenn ihr sie also in die Ernährung aufnehmen müsst, zum Beispiel, weil ihr euch etwas anderes nicht leisten könnt, dann kauft einen Sack Hirse und ihr könnt damit eure Familie ernähren und das gesund. Also man kann die Dinge auf verschiedene Art und Weise angehen. Ich hoffe, ich habe hier viele Dinge abgedeckt. Eine letzte Sache möchte ich noch ansprechen. Mykotoxine, also Schimmelpilzgifte, Schimmel und Pilze. Das ist auch oft ein Thema, wenn es um Getreide geht. Es ist nicht das, was die Leute glauben. Mykotoxine sind nicht so sehr ein Problem des Getreides. Mykotoxine sind ein Problem, wenn wir in einer Umgebung mit Schimmel leben. Wenn wir es einatmen, zum Beispiel der gefährliche Schimmel, der schwarze Schimmel. Darüber habe ich eine eigene Sendung gemacht. Und die Mykotoxine sind eigentlich Toxine, die im Schimmel sind, die der Schimmel produziert. Und Getreide kann natürlich von Schimmel befallen werden. Ja, das ist möglich, aber das gilt auch für alles andere. Man kann die schlimmsten Mykotoxine von schimmligem Fleisch bekommen. Alles kann Schimmel bekommen, Fisch und so weiter. Also ihr müsst verstehen, dass diese Schimmelpilzgifte potenziell überall sind. Auf jedem Nahrungsmittel, das wir auf diesem Planeten haben. Was ich also versuche zu sagen ist, ihr sollt natürlich kein schimmliges Getreide essen. Wenn das Getreide nicht schimmlig ist, kriegt ihr auch keine Mykotoxine. Da ist große Verwirrung da draußen in der alternativen Bewegung über diese Sache mit Mykotoxinen und Getreiden. Aber Weizen und Mais, ja, die füttern Viren, die dann Neurotoxine produzieren. Und das sind diejenigen, die uns neurologisch krank machen. Nicht Mykotoxine. Ich sage nicht, die sind gut. Denn das ist Schimmel ganz und gar nicht. Mykotoxine schwächen uns, schlagen uns nieder, sodass Epstein-Barr und andere Erreger überhand nehmen können. Bitte schaut euch das Buch Medical Food an. Da drin sind so viele Überraschungen und ich freue mich so darauf, wenn ihr es öffnet. Spirit hat sich da selbst übertroffen. Es ist für euch. Es ist für euch. I love you so much und es kümmert mich so sehr, wie es euch geht. Bei allem geht es darum, dass ihr heilen könnt, dass es euch besser geht, dass ihr voranschreiten könnt. Spirit hat mir diese Gabe gegeben. Für euch. Es ist nicht für mich. Der Teil, der für mich ist, das ist, dass ich sehen kann, wie ihr heilt, wie ihr weitergehen und euer Leben leben könnt. Wie ihr die Erkrankungen hinter euch lassen könnt. Der Teil ist für mich. Es ist Nahrung für mich. Ich liebe euch für all die harte Arbeit, die ihr leistet. Ich glaube an euch und stehe hinter euch. Ihr habt eure Erkrankung nicht selbst kreiert. Sie ist nicht euer Fehler. Ihr seid ein guter Mensch. Bitte denkt niemals anders. Denkt niemals, dass ihr eure Krankheit manifestiert habt, denn das habt ihr nicht. Nehmt einen Tag nach dem anderen. Ich stehe hinter euch. Seid gesegnet. Passt auf euch auf.